Ein tödlicher Unfall passiert gestern Abend in Hückelhofen. Guten Abend aus dem Studio Aachen an diesem Montag. An dem viele Menschen in Hückelhofen-Rathalm noch immer fassungslos und geschockt sind. Beim Überqueren einer Straße wird eine 31-Jährige angefahren. Sie und ihr ungeborenes Kind kommen ums Leben. Der 19-jährige Unfallfahrer scheint alkoholisiert, er wird festgenommen. Ein schwerwiegender Fall, sagt die Polizei. Jetzt schon mal die Vorwarnung für Bahnpendler. Die Strecke zwischen Aachen und Stolberg wird ab diesem Donnerstag bis zum Freitag der kommenden Woche wegen Bauarbeiten gesperrt. Ein oder mehrere Unbekannte haben am Samstagabend in Würseln einen Stein auf einen fahrenden Linienbus geworfen. Der Stein durchschlug laut Polizei die Seitenscheibe und hat einen Fahrgast an der Hüfte getroffen. Der verließ den Bus jedoch noch vor dem Eintreffen der Beamten mit dem Hinweis, dass er nicht verletzt sei. Die Polizei sucht aber jetzt nach Zeugen. Morgen Abend in der Nacht auf Mittwoch soll möglicherweise ein leerer Castor-Behälter mit einem Spezialtransporter ins Zwischenlager nach Ahorst transportiert werden. Das hatten einige Zeitungen berichtet. Eine offizielle Bestätigung gibt es noch nicht. Der 120 Tonnen schwere Transporter kommt aus dem stillgelegten Versuchsreaktor in Jülich und kann viele Brücken und Straßen nicht passieren. Also sollen mit Probefahrten wie der Morgen mögliche Routen getestet werden. Atomkraftgegner hatten für den Nachmittag in Jülich und in Aarhaus zu Protesten aufgerufen. Super, viel Spaß und viel Erfolg. Woher kommt eigentlich der Tee oder Kaffee, den wir heute Morgen getrunken haben? Wer musste wie viel und unter welchen Bedingungen arbeiten für das Stück Schokolade, das wir uns vielleicht vorhin zum Nachtisch noch in den Mund geschoben haben? Tatsächlich machen sich die wenigsten von uns ja im Alltag Gedanken, woher die Sachen kommen oder wie sie produziert werden, die wir ganz selbstverständlich benutzen. Memo auch an mich. Um das Bewusstsein dafür zu schärfen, hat die Hilfsorganisation Missio eine mobile Ausstellung in einem Truck losgeschickt, unter anderem nach Herzogenrath. Super, noch mehr Kunst. Gucken Sie mal, hier entsteht gerade Kunst aus Geknibbel. Das sind tatsächlich von Litfaßsäulen abgeknibbelte Plakatreste. Vermutlich laufen die meisten von uns ja eher achtlos an den Litfaßsäulen vorbei in der Stadt. Vielleicht guckt man mal auf ein Plakat, das ein Konzert oder eine Ausstellung ankündigt, die wir gut finden. Aber eine Künstlerin aus dem Bergischen, die will auch alles dahinter und darunter sehen und sie will es haben. Denn aus den klebrigen, dicken Plakatresten macht sie Bilder und Kunstwerke. Recycling at its best. Ja, sieht echt super aus. Und das ist auch coole Himmelskunst. Ich freue mich schon die ganze Zeit auf dieses Foto und dass wir es Ihnen zeigen können. Soweit der Start in die Woche in und um Aachen. Gleich nach der Tagesschau geht es weiter mit dem Vorkoster. Heute in dem Fernsehkoch Björn Freitag das Lieblingsobst der Deutschen mit in die Küche. Es geht um Äpfel, Apfelmenüs und Apfelmus, unter anderem aus dem Rheinland. Ab Viertel nach acht. Ihnen einen schönen Abend und gerne bis morgen zur Lokalzeit aus dem Studio Aachen.